Als mehrfachen Preisträger der German Stevie Awards 2019 begrüßen Sie bitte die Werner Schmidt GmbH aus Fulda. Als führender Anbieter von Metall- und Kunststoffteilen seit über 70 Jahren erhält die Werner Schmidt GmbH vier Gold Stevie Awards als Unternehmen des Jahres für Herstellung und Produktion. Für das beste Corporate Social Responsibility Programm des Jahres die Geschäftsführer Matthias und Joachim Haus als Unternehmer des Jahres, Herstellung und Produktion sowie die ehemalige Geschäftsführerin und Shareholderin Monika Heuss-Schmidt für ihr Lebenswerk. Die Gold Stevie Awards nehmen entgegen Monika Haus-Schmidt und Matthias Haus. Herzlich Willkommen. Für diese die das Unternehmen lange voranbringen und natürlich gilt mein Dank und der Dank meines Bruders auch unserer Mutter Monika Haus-Schmidt, die hier ganz zu Recht mit dem Lebenswerk geehrt worden ist, denn ohne ihr Lebenswerk würden wir als Unternehmen auch nicht hier oben stehen. Vielen Dank.